Lehmanns ist eine Stadt mit 144.244 Einwohnern im Nordwesten Frankreichs. Sie liegt am Zusammenfluss von Saat und Hüsnay und ist Hauptstadt des Departements Saat in der Region Pays de la Leure. Die Stadt mit der gotischen Kathedrale Saint-Julien-du-Mans ist vor allem durch das 24-Stunden-Rennen von Lehmanns bekannt. Geschichte Die Gründung der Stadt Lehmanns ist zurückzuführen auf ein Opidum der keltischen Tschennomanie. Die Siedlung wurde 56 v. Chr. von den Römern erobert, die sie Suindinum nannten. Im 3. Jahrhundert wurde eine Stadtmauer errichtet, die zum Teil noch heute erkennbar ist. In spätrömischer Zeit entstand das Bistum Lehmanns, das später dem Erzbestummtus unterstellt wurde. Zunächst zur Herrschaft des Seilgrius gehörig, wurde Lehmanns 486 von den Franken erobert. Später wurde Lehmanns Zentrum der Grafschaft Main. Die vor allem im 11. und frühen 12. Jahrhundert zwischen den Herzögen der Normandie und den Grafen von Anjou immer wieder umkämpft war. 1110 konnte sich Anjou endgültig die Oberhoheit über das Land sichern. Das mit dem Aufstieg der Plantagenetz zu Königen von England 1154 Teil des angewinischen Reiches wurde. Johann Ohneland verlor den Festlandbesitz nördlich der Leure allerdings wieder an die französische Krone, die damit 1204 auch Lehmanns wieder unter ihre Herrschaft brachte. Im Verlauf des Hundertjährigen Krieges war Main dann wieder zwischen Engländern und Franzosen umkämpft, worunter auch die Bevölkerung von Lehmanns zu leiden hatte, die sich hinter ihre Stadtmauern zurückziehen und die mittlerweile errichteten Vororte aufgeben musste. 1443 konnten die Engländer dann endgültig aus Main vertrieben werden. Nachdem hier zwischenzeitlich wieder ein eigenes Grafengeschlecht herrschte, wurde Main 1480 dem Kronenbesitz zugeschlagen. Nach der Reformation zählte Main zu den hoge nordischen Provinzen. So dass es hier erneut zu blutigen Auseinandersetzungen kam, erst 1589 konnte Heinrich IV. Auch hier für Frieden sorgen, der sich als recht dauerhaft erweisen sollte. Im Zeitalter des Absolutismus erlebte das örtliche Handwerk einen Aufschwung, insbesondere die Herstellung von Textilien und Wachs. 1740 gingen zwei Drittel der Textilproduktion der Stadt in den Export. Die Verbesserung der Verkehrswege förderte den wirtschaftlichen Aufschwung zur Zeit der Industrialisierung zusätzlich. 1844 erhielt Lehmanns einen Eisenbahnanschluss an der Strecke Paris-Rennes. Von großer Bedeutung für die Stadt waren auch die Aktivitäten der Familie Bolli, die in den 1840er Jahren hier zunächst Dampfmaschinen produzierte. Ab 1887 dann vor allem Automobile herstellte. Vom 10. bis 12. Januar 1871 fand hier die Schlacht bei Lehmanns zwischen der französischen Loireme und der zweiten Armee des Kronprinzen Friedrich. Während des deutsch-französischen Krieges statt. Diese endete mit einem deutschen Sieg. 1893 wurde Lehmanns auch an das Telefonnetz angeschlossen. Die Tradition als Automobil-Rennstadt begründete ein erster Grand Prix im Jahre 1911. 1936 siedelte sich die Firma Renault in Lehmanns an. Die bis heute größte Arbeitgeber der Stadt ist aber auch große Versicherungsunternehmen wählten Lehmanns als Standort. Zwischen 1940 und 1944 war Lehmanns deutsch besetzt. Die Zerstörungen durch den Krieg hielten sich hier in Grenzen. Das höhere Bildungswesen, das lange eher vernachlässigt wurde, erhielt 1960 mit der Errichtung einer Universität eine vermehrte Förderung. Allerdings war diese erste Hochschule zunächst von der Universität 10 abhängig bedeutender wurde die 1969 gegründete Technische Hochschule. Bevölkerungsentwicklung Quelle Politik Bürgermeister der Stadt ist seit 2001 Jean-Claude Buhlort. Die Stadt ist in neun Kantone gegliedert. Städte Partnerschaften Die Stadt Lehmanns unterhält wegen des gemeinsamen Patrons des heiligen Liborius bereits seit 836 enge Beziehungen zu Paderborn in Nordrhein-Westfalen. Die offizielle Städtepartnerschaft besteht jedoch erst seit 1967. Insgesamt hat Lehmanns sechs Partnerstädte Japan-Suzuka, Deutschland-Paderborn, West-Sahara-Hausa, Russland-Rostu-Amdon, Griechenland-Wolos, Vereinigtes Konigreich-Bolten. Wirtschaft Wichtigste Wirtschaftszweige sind neben der Landmaschinenindustrie, vertreten durch das Unternehmen Klaas, das in Lehmanns Traktoren herstellt. Vor allem die Metallverarbeitende und die Elektroindustrie sowie der Dienstleistungsbereich Verkehr Öffentlicher Nahverkehr Seit dem 17. November 2007 verfügt Lehmanns über eine neue, moderne Straßenbahn. Die Tram-W, wie sie in Frankreich heißt, durchquert auf einer Länge von gut 15 Kilometer das Stadtgebiet von Nordwesten nach Südosten. 30 Haltestellen weist diese erste Linie auf. Am 29. August 2014 wurde die zweite Straßenbahnlinie der Stadt eröffnet. Diese verbindet den Nordosten mit dem Südwesten. Das Straßenbahnnetz ist dadurch um ca. 4 Kilometer auf rund 19 Kilometer gewachsen. Eisenbahn Lehmanns ist seit 1989 TGV-Station. Die am Bahnhof Lehmanns Haltenden TGV-Züge fahren die Ziele Paris, Rennes, Angers und Nantes an. Straße Es bestehen Autobahnverbindungen nach Paris und Nantes und in den Westen Richtung Rennes sowie in den Südwesten Frankreichs nach Angers und Bordeaux Luftverkehr Der kleine Flughafen Lehmanns hat heute im Zeitalter des TGV nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Sehenswürdigkeiten Da die Stadt im Zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört blieb, hat sich auch die historische Altstadt erhalten. Am bedeutendsten sind die gallo-römische Stadtmauer, die gegen Ende des dritten Jahrhunderts gebaut wurde und bemerkenswert gut erhalten ist. So wie die Kathedrale Saint-Julien im romanisch-gotischen Baustil, die Kirche Eglise de la Couture aus dem 13. und 14. Jahrhundert, das Musée de Tesse, das Maison de Adame e.V.E., das Hotel de Clé-Raulnay und das Hotel de Vaux. Aber auch Anhänger des Motorsports kommen auf ihre Kosten. In unmittelbarer Nähe wird das 24-Stunden-Rennen von Lehmanns ausgetragen. Im Innenbereich der Rennstrecke gibt es seit 1991 die K-Sekunden-Automobilmuseum des Departements SAF. Unter den mehr als 100 ausgestellten Fahrzeugen sind auch Siegerfahrzeuge des 24-Stunden-Rennens zu besichtigen. Darunter ein Bentley und ein Ferrari in der Fußgängerzone von Lehmanns haben erfolgreiche Fahrzeugpiloten ihre Hand- bzw. Fußabdrücke hinterlassen. Sie sind auf Messingplatten im Straßenbelag bzw. an einem Brunnen angebracht. Sport Weltberühmt wurde Lehmanns durch seine Motorsportveranstaltungen. Insbesondere durch die 24-Stunden-Rennen von Lehmanns mit dem weltweit schwersten Unfall von 1955. 1955. Das Vorbild vieler Langstreckenrennen wird seit 1923 alljährlich Mitte Juni auf der 13. 5 km langen Strecke Sierkwiedes 24 Heures auf Landstraßen im Süden von Lehmanns ausgetragen. Bereits 1906 fand in Lehmanns unter Beteiligung von 32 Automobilen das erste Grand Prix-Rennen der Welt statt. Ferner gibt es das 24-Stunden-Rennen für Motorräder sowie diverse weitere Motorsportveranstaltungen. Unter anderem den Grand Prix von Frankreich der Motorrad-Weltmeisterschaft, die auf der kürzeren Variante der Rennstrecke, dem Sierkwied Bugatti stattfinden. Der Fußballklub Lehmanns Union Club 72 spielte seit einigen Jahren in der 2. Liga Frankreichs. Bis er im Oktober 2013 aufgrund einer Insolvenz aufgelöst wurde, der Verein MSH 72 gilt als Hauptverein der Stadt und der Saal für die Männer. Der 1957 gegründete Verein CSC Lehmanns Handball- bzw. Klubsportiv des Cheminots du Mans Sportverein der Eisenbahner in Lehmanns hat im Augenblick 13 aktive Mannschaften, sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich, sonstiges. In der Nähe von Lehmanns bei Maillet befindet sich ein 342 Meter hoher Sendemast für RUKW und Fernsehen. Er ist eines der höchsten Bauwerke in Frankreich und überragt sogar den Eiffelturm. Am 1. Freitag im September findet in Lehmanns die Zwiebelmesse statt. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Odo von Cluny, 2. Abt der Benediktinerabteil Cluny, Heinrich II. Englischer König, Paul Skaron, Schriftsteller, Michael-Louis-Asenel-Alande, General, Julian-Kierre-Anel-Alande, Admiral, Alexis-Armen-Scharost, Erzbischof von Rennes, Charles-Fuqueray, Maler, Achil-Suchat, Radrennfahrer, Jean-Francek, Komponist und Pianist, Jean-Lucas-Auto, Autorennfahrer, Gaston Bogert, Architekt, Werbegrafiker und Maler, François-Migault, Autorennfahrer, Claire Gibault, Dirigentin und Politikerin, Jean Rondo, Autorennfahrer und Konstrukteur, Ive Courage, Autorennfahrer und Rennstahlbesitzer, Dominique Ruiz, Dirigent und Musikpädagoge, Gerard Tremblay, Autorennfahrer, Laurent Bruchert, Radrennfahrer, Sebastian Burdais, Rennfahrer, Jimmy Engau-Event, Radrennfahrer, Marian Harri, Radrennfahrer, Jo Willfried Zonga, Tennisspieler, Benert Gerrie, Radsportler, Personen, die in Lehmanns gewirkt haben, Basile Morrow, Ordensgründer, Seeliger.